Herzlich Willkommen und danke, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Stefan Prollmann. Ich bin der Technical Director bei der ICT GmbH und Ihr Ansprechpartner in allen technischen Fragestellungen. Sicherlich haben Sie bereits das erste Video von uns zum Thema Huawei-Netzwerke gesehen. In diesem Deep Dive Video geht es um die konkrete Vorstellung zweier technologischer Vorteile. Das Cloud Management und das Zero-Touch Deployment. Wir als ICT haben schon bei vielen Kunden zusammen mit der Huawei erfolgreich Netzwerke aufgebaut. Wir wissen daher, dass es deutlich mehr Vorteile gibt als die zwei genannten. Wenn Sie mehr erfahren möchten, melden Sie sich gerne im Nachgang bei mir oder den Kollegen der ICT. Die Kontaktdaten werden wir am Ende einblenden. Auch heute ist wieder Julian Scholl von Huawei bei uns. Er dürfte Ihnen schon aus unseren anderen Netzwerkvideos bekannt sein. Jetzt geht er tiefer auf das Cloud Management und das Zero-Touch Deployment ein. Er zeigt Ihnen einige Vorteile auf, die ein Huawei-Netzwerk auch für Ihr Unternehmen mitbringt. Julian, ich freue mich auf die nächsten Minuten. Hallo und vielen Dank an Stefan und die ICT für die Gelegenheit, Ihnen heute Huawei's iMaster Cloud Management Lösung vorzustellen. iMaster Cloud ist eine umfassende Cloud Management Lösung, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Cloud-Ressourcen effizienter zu verwalten und die Anforderungen ihrer Kunden zu erfüllen. Huawei iMaster Cloud Management ist eine innovative Lösung, die eine einheitliche Sicht auf die gesamte Cloud-Umgebung eines Unternehmens bietet. Es bietet eine breite Palette von Funktionen, die die Planung, Implementierung, Verwaltung und Überwachung von Cloud-Ressourcen vereinfacht. Im folgenden werde ich einige der USPs von iMaster Cloud Management hervorheben. Einfache Implementierung. Die Implementierung von iMaster Cloud Management ist einfach und schnell. Die Lösung lässt sich nahtlos in bestehende IT-Umgebungen integrieren und bietet eine innovative Benutzeroberfläche, die Administratoren bei der Erstellung und Verwaltung von Cloud-Ressourcen unterstützt. Automatisierte Verwaltung. iMaster Cloud Management automatisiert viele der täglichen Verwaltungsaufgaben, die normalerweise von IT-Administratoren durchgeführt werden müssen. Dadurch können Administratoren sich auf strategische Aufgaben konzentrieren, die das Unternehmen voranbringt, anstatt sich um Routineaufgaben zu kümmern. Skalierbarkeit. Die Lösung ist äußerst skalierbar und unterstützt Unternehmen dabei, schnell auf Änderungen in der Nachfrage von IT-Ressourcen zu reagieren. Administratoren können schnell zusätzliche Retourcen bereitstellen oder freigeben, um auf Änderungen der Geschäftsumgebung zu reagieren. Sicherheit. iMaster Cloud Management bietet eine umfassende Sicherheitsinfrastruktur, die die sensiblen Daten und Anwendungen von Unternehmen schützt. Die Lösung verwendet eine fortschrittliche Verschlüsselung, um die Datenintegrität und Vertraulichkeit zu gewährleisten und verfügt über eine leistungsstarke Firewall, um Angriffe abzuwehren. Kostenoptimierung. iMaster Cloud Management hilft Unternehmen, ihre IT-Kosten zu optimieren, indem es eine umfassende Analyse der IT-Ressourcen bereitstellt. Administratoren können die Ressourcenauslastung überwachen und sicherstellen, dass die IT-Ausgaben des Unternehmens immer im Einklang mit den geschäftlichen Anforderungen stehen. Durch das innovative Zero-Touch-Deployment können Sie Ihr Equipment innerhalb von Sekunden durch einfache Scannen von QR-Codes auf der Rückseite der Access-Points in die Cloud leiten. Somit kann die Integration oder der Austausch von Produkten selbst von ungeschultem Personal stattfinden. Abschließend lässt sich sagen, dass Huawei's iMaster Cloud Management eine leistungsstarke Cloud-Management-Lösung ist, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Cloud-Ressourcen effektiver zu verwalten und ihre Geschäftsziele zu erreichen. Die Lösung bietet eine Vielzahl von Funktionen, die die Implementierung, Verwaltung, Überwachung und Optimierung von Cloud-Ressourcen vereinfacht. Vielen Dank, Julian. Super erklärt und dargestellt. Die Verwaltung und die Bereitstellung ist also sehr einfach zu handhaben. Durch unsere langjährige Erfahrung mit Huawei haben wir eine große Kompetenz in der Implementierung der Netzwerke aufgebaut, die wir auch zu Ihrem Vorteil nutzen können. Melden Sie sich dazu gerne unter den gleich zu sehenden Kontaktdaten. Ein Tipp noch von mir. In den anderen Videos der ICT gibt es viele interessante Informationen zu unseren Leistungen. Auch Huawei findet sich hier noch einmal mit spannenden und aktuellen Themen wieder. Danke, dass Sie dabei waren und hoffentlich sehen wir uns gleich noch in den anderen Videos wieder.